Im Wettstreit der Nutzungsarten des öffentlichen Raums muss sich eine Minderheit Gehör verschaffen, wenn sie nicht überfahren werden will. Eine Critical Mass Ausfahrt ist eine touristische Attraktion. Sie bündelt bürgerschaftliches Engagement und ist beste Werbung für die Stadtkirchheim. Die Unterstützung dieser Bewegung ist ein sicheres Zeichen dafür, dass die Stadtkirchheim auf dem Weg ist eine sichere, moderne und nachhaltige Stadt zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, liebe Interessierte, liebe Aktive in Sachen Stärkung des Radverkehrs, herzlich willkommen zu unserer siebten Critical Mass. Wir wissen alle, wir brauchen dringend eine tiefgreifende Wende in unserer Mobilitätskultur und der Mobilitätspolitik. Musik Das war's für heute. Rund die Hälfte aller Wege, die wir heute mit dem Auto zurücklegen, sind weniger als fünf Kilometer lang. Rund die Hälfte aller Wege Rund die Hälfte aller Wege Rund die Hälfte aller Wege Rund die Hälfte aller Wege